20 neue Geräte im Test Die gute Nachricht, fast alle größeren Geräte im Test sind gut. Die schlechte, viele kleinere Geräte aber haben Probleme mit Bild und Ton. Getestet wurden 20 Geräte mit 81 bis 127 cm Bilddiagonale. Käufe von Fernsehern haben oft ein Problem, viele Verkäufe in Geschäften beraten sie nicht richtig, für heimlichen Schwächen der Geräte. Stiftung Warentest hat die Qualität von 20 TV-Geräten getestet, Ausgabe 10 2017 Das Ergebnis, vor allem kleinere Geräte mit weniger als 1 m Bilddiagonale haben Schwächen, besonders bei der Tonqualität und bei schnellen Bewegungen im Bild. Mit der Testnote gut bei den kleinen Fernsehern, 81 cm Bilddiagonale, 32 Zoll, schnellt nur der Metz Cosmo 32, Note 2,3, ab, der mit gutem Bild, 2,2, und gutem Ton, 2,3, punktet, was ihn von den anderen Geräten dieser Größe unterscheidet. Auffällig ist weiterhin, dass die Tonqualität der mittelgroßen Fernseher, 102 bis 109 cm Bilddiagonale, 40 bis 43 Zoll, besser ist als die der großen, 122 bis 127 cm, 48 bis 50 Zoll. Hier erhieten alle Modelle das Prädikat gut, während vier der sieben großen Geräte nur mit befriedigend bewertet wurden. Spitzenreiter in der mittleren Kategorie STL G43 U6309, Note 2,1, der mit einem Preis von 495 Euro auch der günstigste Fernseher ist. Das beste Ergebnis bei den großen Geräten schafft der Samsung U49 Mu6409, Gesamtnote 2,0, Bild 2,0, Ton 2,1. Stiftung Warentest nutzte bei den Tests übrigens C-Tests mit optimalem HD-Fernsehsignal über Satellit, Kabel und Antenne, DVB-T2 HD, sowie mit VR-HDMI eingespielten Videos. In der Praxis dürfte der Empfang etwas schlechter ausfallen. ... ... ...